Musik Ja aus, ja ein, vom Wolken fühle, Blick ich hinab, ins Mensch gewühle. Wo all die Leiber ohne Schranken, in Rudeln durcheinander wanken. Und ob sie feist sind oder mager, ob fremde Freunde, Schwester, Schwager, sie wuseln umeinander her, so wie die Tropfen tief im Meer. Sie teilen Schweiß und Speichel sich und sind dabei nicht zimperlich, beim Lachen, Husten, Miesen, Küssen, wohlwissend, dass sie sterben müssen. Denn endlich ist der Lebenslauf, und wer nicht lebt, zahlt letztlich drauf. Wer angstvoll nur den Tod erwartet, verliert das Leben, ehe es startet. So reibt sich, wenn's am Himmel blaut, in allen Gassen Haut an Haut, die Menge Mensch im Wunderrausch voll Gier, nach Liebe, Säftetausch. Wenn dann noch rote Lippen voll Lust am prallen Leben nippen, Dich träumen lassen, sie zu küssen, weil Erdbeermünder küssen müssen. Doch längst erblick ich keine Erdbeermünder mehr Und keine Menschenleiber, die durch Gassen strömen. Statt Erdbeermünder, nur ein Zombie-Maskenmeer, das sich im Abstand halten übt. Wer hat euch nur so sehr die Sinnenlust getrübt? Sagt an, wer hat euch so dressiert, dass ihr wie Zwergpudel funktioniert? Nennt Namen mir. Dann will ich auf sie niederfahren und mit der Peitsche in die Fresse schlagen, wenn sie mir teilt, zu sagen wagen, Gott! Solle eine Maske tragen. Und wenn sie Gott auf Abstand halten, dann wird sie ihre Lügensungen spalten. Mit einem Flamenschwert würde ich dies tun. Nicht eher will ich ruhen. Wenn keiner dann mehr übrig ist, der auf des Menschen Freiheit pisst, dann spreche ich, danach enteilig, noch all die verlassenen Huren heilig. Und ist mein Zorneswerk komplett, dann trete ich gelöst und heiter die Heimkehr an per Himmelsleiter. All information about Corona-Wirus is only fake news. Fucking Corona-Wirus fake news. Donald Trump, der mächtigste Mann der Welt, aber natürlich auch Angela Merkel, die mächtigste Frau der Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Rainer Krönert und sein politisches Kabarett-Programm Getwitter-Klaut gibt es jetzt im Livestream. Für weitere Informationen, Tickets und Termine einfach runterscrollen. Tschüss. Musik 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 Musik